Ich bin in der Welt, dass mein Gott immer ist. Ich bin in der Welt, als ich das war. Ich bin in der Welt, als ich das war. Das war's für heute. Es gibt viele Leute, sie sehen sie als rarer oder von NICHO, aber jetzt hat es sich expandiert, und alle anderen akzeptieren, die Leute, die sie lieben, die sie als Otakus, wie sie vorher noch nicht sagen, sie sind gamers, die Leute, die sie lieben, die Freaky-Kultur. Ich finde, die Regionische Musik, Die andere Sachen, die wir norten, mit dem Anime und dem Freaky, können wir unsere Kultur und viele Menschen interessieren, die in diesem typischen Musik von unserem Landkreis und nicht nur von Monterrey, sondern von dem ganzen Landkreis die Nortein-Musik kennen.